Leutz L.O.T.S. ist eine Landstadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist Sitz des Amtes Penetal Leutz, dem zwei weitere Gemeinden angehören. Geografie Leutz liegt im westlichen Teil Vorpommerns an der Peene und deren ebener Niedermoorlandschaft. Östlich der Stadt mündet das Tal der Schwinge in das Urstromtal des Ebitzgrabens, der weiter südöstlich der Stadt dann in die Peene mündet. In der Nähe des Ortsteiles Drosedow befindet sich das Waldgebiet Drosedow-Wald. Hier liegt auch das Naturschutzgebiet Kronwald. Umliegende Städte sind der Mintgreifswald, Jamen und Grimmen. Nachbargemeinden von Leutz sind Süderholz, Sassentranto, Benzin, Tutokletzin, Stadt der Mintnos, Endorf und Kleewitz. Vorbein gehört seit dem 1. Januar 1992 zu Leutz. Am 14. Juni 2004 wurde Wüstenfelde eingemeindet. Am 1. Juli 2012 Dürfler Politik Das Wappen wurde unter der Nummer 22 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert. Blasonierung Das Wappen wurde 1994 neu gezeichnet. Partnerkommunen Partnerstadt Hiedenhausen Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen Partneramt Breitenburg Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein Geschichte Seit 1170 ist der Name der Landschaft als Lossitze benannt. Der Name veränderte sich in Lossitz, Lossisse, Lossais, Lossitz ständig. Burg und Siedlung hießen ab 1236 Lossitz 1248 Lossais 1275 Lossitz 1294 Lossais und dann verkürzt 1331 Lossitz und 1332 Lossitz. Dem liegt der altpolabische Ortsname Sternchen Lossika zugrunde, welcher mit dem Substantivsternchen Loss Elch gebildet wurde. Loss kann also mit Ort des Elches wiedergegeben werden. Auf Polnisch lautet der Name Lottitz. Mittelalter Eine erste Siedlung der slawischen Lottizen im heutigen Hafenbereich wurde für das 10. Jahrhundert archäologisch nachgewiesen. In der heutigen Altstadt konnten bisher keine slawischen Vorsiedlungen gefunden werden. Im Oktober 2011 wurde dann jedoch bei den Bauarbeiten zur neuen Brückenauffahrt ein slawischer Bohlenweg aufgedeckt. Das spätere Land Leutz gehörte bis zum 12. Jahrhundert zum Machtbereich des Lutizenbundes. Im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts eroberte der Pommernherzog Wartislav I. Das Gebiet Nach 1187 gehörte das Gebiet zum Fürstentum Rügen, kam aber bald zurück zu Pommern. 1236 überließ Bischof Brunwald von Schwerin dem Fürsten Johann von Mecklenburg den halben Zehnten aus den Ländern Lusis und Gürzko. 1242 ist die erste urkundliche Erwähnung der Stadt mit der Verleihung des libyschen Stadtrechts durch den Ritter Detlef von Gadebusch. Er versuchte im Grenzgebiet zwischen Herzogtum Pommern, Fürstentum Rügen und Mecklenburg eine eigenständige Herrschaft zu etablieren. Im Vertrag zwischen dem Kloster Eldener und Detlefs Sohn Werner von Leutz gab Werner 1249 die dem Kloster entzogenen Dörfer Subzot Pansow, Grimno zurück. Doch schon mit seinen Söhnen starb die Familie um 1270 wieder aus und das Land Leutz fiel zunächst an das Fürstentum Rügen und schließlich an das Herzogtum Pommern. 1292 gewährte Rügen Fürst Wislav II. Den Terminern Zollfreiheit in Leutz 1299 findet die Leutzer Stadtkirche Sankt Marien erstmalige Erwähnung 1314 wurde erstmals das Leutzer Schloss urkundlich erwähnt. Das schon gut befestigte Slot oder Hus Leutz Widerstand angriffen und spielte ebenso wie die Stadt eine Rolle im rügischen Erbfolgekrieg, in dem letztlich Pommern gegen Mecklenburg siegreich blieb. Banim III. zog während des zweiten rügischen Erbfolgekrieges mit einem Entsatz her nach Leutz und schlug hier die Mecklenburger 1351 in der Schlacht am Schottendamm. Seitdem gehörte die Stadt als Sitz einer Fugtheit zum Herzogtum Pommern Wolgast. Von 1480 bis etwa 1486 war Bernd von Molzahn, genannt auch der böse Bernd Fugt des Landes Leutz. Das Schloss war in dieser Zeit Sitzherzoglicher Wügte und Amtshauptleute, wobei es im 14. und 15. Jahrhundert zu häufigen Verpfändungen kam. Zahlreiche Marktprivilegien des 16. Jahrhunderts sprechen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung als Nahhandels- und Handwerkszentrum für den umliegenden ländlichen Raum. Die Stadt hatte zu dieser Zeit rund 500 Einwohner. Der zwischen etwa 1530 und 1540 amtierende Amtmann Henning Kaskow war zugleich Bürgermeister von Leutz und Grundbesitzer des Dorfes Bilo. Heute Wüstenbilo, nördlich von Leutz bei Poggendorf. 16. bis 18. Jahrhundert Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Leutzer Schloss zu einer staatlichen Renaissance-Anlage ausgebaut, wie die Stadtansichten des frühen 17. Jahrhunderts belegen. In der Zeit von 1593 bis 1631 lebte Sophia Hedwig die Witwe des Herzogs Ernst Ludwig in Leutz, weil sie Schloss und Amt Leutz als Leibgedinge erhalten hatte. 1638 beschlagnahmte Schweden nach dem Tod des letzten Pommerschenherzogs sämtliche landesherrlichen Güter, so auch das Amt Leutz, und vergab sie an schwedische Militärs. Das Amt Leutz erhielt der schwedische General Axel Lelje, der zeitweise auch Gouverneur des vorpommerschen Teils von Pommern war. 1654 musste er das Amt wieder an die schwedische Krone zurückgeben, die es noch im selben Jahr an die abgedankte Königin Christina vergab. Erst nach deren Tod kam das Amt 1689 wieder unter unmittelbar landesherrliche Verwaltung. Von 1648 bis 1815 stand Leutz wie große Teile vor Pommers unter schwedischer Verwaltung. Die verheerenden Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts fügten der Stadt schwere Schäden zu. Zahlreiche Grundstücke lagen wüst, wie die Steuerkataster dieser Zeit belegen und die Einwohnerzahl sank. Die verbliebenen Einwohner verarmten. In einem großen Stadtbrand von 1701 wurden auch die letzten Reste des Schlosses vernichtet. 1758 im Siebenjährigen Krieg beschossen preußische Truppen die Stadt. Die Schweden kapitulierten und die Preußen zogen nach erhaltenen Geldforderungen wieder ab. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erholte sich Leutz wieder von diesen Katastrophen. 1762 hatte Leutz 1015 Einwohner. Von 1785 bis 1787 erfolgte der Bau des heutigen Rathauses. 1800 besuchte der schwedische König Gustav IV. Adolf die Stadt, die 1815 nach dem Wiener Kongress mit Vorpommern an Preußen fiel und dem Regierungsbezirk Stralsund angehörte. 19. Jahrhundert und Grün derzeit schon 1818 verlor die Stadt des Landratsamt des neu gebildeten Kreises an das zentraler gelegene Grimmen, so dass der Kreis fortan Grimmerkreis hieß. Der 1819 durchreisende Schwede Jakob Berggrin nannte Leutz eine kleine, unfreundliche und schmutzige Stadt. Die Stadt erweiterte sich ab dem 19. Jahrhundert nach Norden und Westen. 1833 errichtete Friedrich Lippert die Leutzer Glashütte als erste Industrieansiedlung. 1836 erhielt Leutz eine neue Stadtverfassung nach der preußischen Städteordnung. 1837 hatte die Schule acht Klassen. Schulleiter wurde anstelle eines Geistlichen einen weltlicher Rektor. Die Revolutionen von 1848 bewirkten auch in Leutz Veränderungen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich Industriebetriebe in Leutz anzusiedeln. 1875 hatte Leutz 3941 Einwohner. 1887 erfolgte die Einweihung der neuen Schule mit 16 bis 17 Klassen. 1887 wurde die Freiwillige Feuerwehr gebildet. 1898 wurde die Stadtsparkasse gegründet. 1906 wurde das Gaswerk gebaut, das bis 1925 im Betrieb war. 1906 erhielt die Stadt mit einer Bahnstrecke vom Bahnhof Teutz-Rustow zum Leutzer Hafen Anschluss an die Bahnstrecke Berlin-Neustrelitz-Stralsund. Der Personenverkehr wurde 1967, der Güterverkehr 1997 wieder eingestellt. Beim Bau des Bahndamms und des Bahnhofsgebäudes am Hafen wurden die Reste des Schlossberges abgetragen. Unter dem Bürgermeister Wilhelm dem Dahlhof profitierte die Stadt von der Aufsiedlung großer Güter in der Umgebung wie dem Gut Rustow. 1926 wurde ein großer Sportplatz angelegt. In der Zeit des Nationalsozialismus kurz nach Beginn des Krieges wurde 1940 ein Barackenlager für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter errichtet. Die Stelle trug seither den Namen Barackenplatz seit 1990 Kiewitt. Eine unbekannte Anzahl Frauen und Männer aus mehreren von Deutschland besetzten Ländern mussten im Ort und in der Umgebung Zwangsarbeit verrichten. Etwa 100 an Krankheiten, Hunger, Misshandlungen und Arbeitsunfällen verstorbene Männer, Frauen und Kinder wurden zwischen 1942 und 1945 auf dem St. Marienfriedhof beigesetzt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs rief noch am 29. April 1945 Bürgermeister groch die Bevölkerung zum Durchhalten auf. Wenig später floh er aus Leutz. Es wurden zwar noch Panzersperren an den Ortseingängen errichtet. Die Stadt blieb jedoch durch den mutigen Einsatz des Leutzer Superintendenten Karl Winter von massiven Zerstörungen verschont. 1948 erfolgte die Wiedereröffnung des Dübelwerkes. Mit der Verwaltungsreform von 1952 kamen Leutz und Umgebung vom Kreis Grimmen zum Kreis Dermin und damit zum neu gebildeten Bezirk Neubrandenburg. Damit wurden alte gewachsene Verbindungen nach Norden zu Greifswald und Stralsund gekappt. Obgleich die kommunale Selbstständigkeit in der DDR nahezu vollständig unterdrückt wurde, behielt die Stadt Leutz insbesondere durch das Engagement des Bürgermeisters Richard Wenzel ihr eigenes Profil. 1968-69 wurde die Parkbühne im Gülzow-Park gebaut. Der Bau einer neuen Schule in der Sandfeldstraße fand 1974 statt. Sie wurde 1980 um ein zweites Gebäude und um eine Turnhalle erweitert. 1975 wurde der Gemeindeverband Leutz gegründet, bestehend aus den Gemeinden Saßen, Tranto, Vorbein, Düffe, Gömmen und der Stadt Leutz. Zwischen 1945 und 1990 verfiel vor allem die Bausubstanz der Innenstadt. Am 25. Oktober 1989 fanden auch in Leutz Friedensgebete statt. Nach 1991 begann eine systematische Verbesserung der Infrastruktur und eine Sanierung der historischen Innenstadt und des Rathauses im Rahmen der Städtebauförderung. 1998 schloss die Stärkefabrik. 2002 erfolgte die Einweihung der neuen Mehrzweckhalle. 2006 wurden die Leutzer Hafen und Sportbud Marina ein Speicher und das Bahnhofsgebäude weitgehend fertiggestellt und 2008 eingeweiht. 2010 erfolgte die Freigabe der neuen Ortsumgehung. Seit 2012 ist die neue Penebrücke als Ersatz für die vormalige Drehbrücke in Betrieb. Der Vorgängerbau einer Kapelle wurde 1819-20. durch einen achteckigen Neubau ersetzt. Eine frühere Kirche wurde im Dreißigjährigen Krieg geplündert und verwüstet. 1694 stürzte der Kirchturm ein. Die neugotische Backsteinkirche entstand von 1841 bis 1900. Oggel und Kirchengestühl stammen vom Vorgängerbau. Das Gut Gülzowshof war zuletzt bis 1945 im Besitz der Familie Hans von Bonin, einem preußischen Generalleutnant. Beim Gutshaus ein zweigeschossiger und sanierter Putzbau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit zwei Flügelbauten wurde die Fassadendekoration zur DDR-Zeit entfernt. Rustow wurde erstmals 1242 in einer Urkunde anlässlich der Verleihung des Stadtrechtes an Leutz erwähnt. Der Pommersche-Herzog Bernimie bestätigte 50 Jahre später der Stadtdämmen den Besitz von Rustow. Das Dorf war dann bis zum Dreißigjährigen Krieg im Besitz der Stadt. Aufgrund finanzieller Sorgen verkaufe die Stadt 1652 Rustow an den Proviantmeister der schwedischen Garnison in Dermin-Palmenhelm. Bis 1695 wechselte das Dorf mit dem Gute mehrfach sein Besitzer, bis es 1724 für 250 Jahre Besitz des Adelsgeschlechtes von Bärenwilz wurde. 1697 gehörten zum Gut 22 Untertanen und vier Bauern. Zwischen 1724 und 1762 wurden alle 19 Gebäude des Dorfes erbaut. 1784 war die zum Gutshaus gehörige Kapelle völlig verfallen, so dass Herr von Bärenfest 1790 eine neue Kapelle nach Entwürfen des Architekten Johann Gottfried Quistorp errichten ließ. Sie erhielt im Keller eine Familiengruft. Ende der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts wurde das bestehende Gutshaus durch einen Großbrand schwer beschädigt. Daraufhin wurde ein 1808 Dekasekunden Gutshaus Rustow im klassizistischen Stil mit sieben Achsen und einem aufwendigen Portal neu erbaut. Während der Freiheitskriege gehörten zum Gut Rustow acht Fachwerkkarten für 20 Familien. Damals war der schwedische Kronprinz mit seinem Stab im Herrenhaus Rustow einquartiert. Zum Gut gehörten eine Schmiede, eine Tabakscheune, eine große Scheune, viel kleinere und zwei größere Ställe. Das Wirtschaftshaus wurde vom Inspektor bewohnt. 1854 pachtete Familie Grönlund von Rügen das Gut. Familie Schmidt kaufte das Gut Rustow 1856 und besaß das Gut 73 Jahre. In der Weltwirtschaftskrise 1929 ging das Gut abermals in Konkurs. Die Stadt Leutz kaufte das Gut für 640.000 Reichsmark und siedelte es an 30 Bauern und 39 Tagelöhner Kleinanwesen auf. Diese kamen zum Großteil aus Württemberg und dem Münsterland. Auch Handwerker wurden angesiedelt, sodass aus dem Gutsdorf ein Bauern- und Arbeiterort wurde. Die Familie Schmidt blieb im Besitz des Gutshauses, des Parks und der Kapelle. 1936 wurde Friedhof und Kapelle an die Kirchgemeinde Leutz abgegeben. 1938 wurde eine Hälfte des Schlosses an den Reichsarbeitsdienst vermietet. Bis Mitte April 1945 war die Organisation tot im Schloss untergebracht. Am 28. April 1945 rückte die Rote Armee nach Rustow ein. Nach 1945 waren Flüchtlinge im Haus untergebracht. Später wurde es Waisenhaus-Hilfsschule und 1980 dann Kinderheim. 2001-03 wurde das Gutshaus Schloss Rustow einer umfassenden Sanierung unterzogen. Sehenswürdigkeiten, siehe auch. Liste der Baudenkmale in Leutz-Leutz ist ein Zentrum des Wassersports in der reizvollen Landschaft des Peenetals. An der Peene befindet sich seit 2006 die Marina für Sportboote mit dem ehemaligen Bahnhofsgebäude, das Gastronomie bietet. Historische Altstadt mit Straßennetz aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bürgerhäuser aus verschiedenen Jahrhunderten. Stadtkirche Sankt-Marin im Kern aus dem 12. und 13. Jahrhundert im 17. und 19. Jahrhundert tiefgreifend verändert. Barockes Leutzer Rathaus von 1787 mit 1995 saniert. Reste der Stadtbefestigung mit dem Steintor aus dem 14. Jahrhundert bestehend aus Backsteinen mit Feldsteinsockel. Das Tor wurde 1701 durch Brand zerstört. Gründer zeitliche Adolf-Eisterweg-Schule vom um 1887. Lutherkirche, Kampffriedhof und Marienfriedhof. Speicher, kleiner Speichermühlenstraße 108 und großer Speicher am Hafen, Heilgeist-Hospital, Segewehr-Kleutz, Rusto, Kapelle Rusto, Vorbein, gut erhaltenes Bauerndorf-Ensemble des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Rusto und Schwinge, Beispiele für Gutsaufsiedlungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Marina mit ehemaligem Kleinbahnhof, mittelalterliches Steintor, Gülzow-Parkdenkmal 1870-71, Vereine. Es gibt zahlreiche Vereine in Leutz, insbesondere Sportvereine. HSV Penetal Leutz e. V. Schützenverein Leutz 1990 e. V. SV Leutzer Eintracht. Wirtschaft und Verkehr, Wirtschaft Gewerbepark Leutz-Waugmühle mit 250.000 Quadratmeter Fläche, Stromversorgung, e. Energie Nord AG, Wasserabwasser, Stadtwerke Leutz GmbH, Erdgas, OMG Neubrandenburg, Außenstelle Dagun. Durch den Leutzer Innenstadtbereich führte bis zum Herbst 2010 die Bundesstraße 194. Am 12. Oktober 2010 wurde die neue Ortsumgehung für den Verkehr freigegeben, wodurch sich die Streckenführung der Bundesstraße änderte. Die sogenannte Ostseeautobahn A20 verläuft nördlich und östlich der Stadt. Durch die Stadt führen die Buslinien der Minn-Greifswald und der Minn-Grimmen. Der nächste Bahnhof ist in Dämmin. An der Pene befindet sich seit 2006 ein neu errichteter Freizeithafen, der den alten, komplett restaurierten Bahnhof der Stadt in das Nutzungskonzept der Marina mit einbezieht. Bis 2010 gab es eine in Leutz eine zweischenklige Drehbrücke. Sie wurde September 2012 nach mehrjähriger Bauzeit durch eine neue Klappbrücke mit der Bezeichnung Penebrücke Leutz ersetzt. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Emil Hartrath deutsch-amerikanischer Lutherischer Geistlicher, 1848 Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung, Friedrich Wilhelm Otto Kunze, deutscher Geistlicher, Lehrer und Übersetzer, Otto Wangemann, deutscher Organist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler, Friedrich Bartels preußischer Landtagsabgeordneter, Karl Fredenhagen, deutscher Physikochemiker, Erich Gülzoth vorpommerscher Lokalhistoriker, Herausgeber und Ernst-Moritz-Ahnforscher, August Levin, KPD-Politiker, Spanienkämpfer, Walter Müller, CDU-Politiker, Landtagsabgeordneter, Heinz Janschen, Generalmajor der NVA, Hendrik Born, letzter Chef der Volksmarine der NVA, Renate Holznagel, CDU-Politikerin und Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern, Dietmar Hinz, deutscher Ringer, Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft 1978, Armin Weyer, deutscher Ringer, Jürgen Land, deutscher Autor, Weitere Persönlichkeiten, Detlef von Gardebusch, Ritter in mecklenburgischen Diensten, belehnt mit dem Gebiet Leutz, die Adlerflüge im Leutzer Stadtwappen gehen auf das Wappen Detlefs zurück, Jakob Gnade, evangelischer Theologe, Christoph von Neunkirchen, Rat der Herzöge von Pommern, der in Leutz um 1592-94. lebte, Christian Joachim Friedrich Barkow, Theologe, Pfarrer und Präpositus in Leutz, Friedrich von Hagenow, Naturwissenschaftler und Prähistoriker um 1823-26. Privatgelehrter in Leutz, Richard Siegmund Schulze, Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Greifswald um 1860 als Jurist in Leutz, Henning Rischer, deutscher Geschichtsforscher, Autor und Herausgeber von Schriften zur Geschichte Pommerns und der Stadt Leutz.